Wo ist denn nun Verstrahlen-Party? Shiny? Äh, ich weiß nicht. Äh, Shiny? Shiny! Oh, guck mal, der ist total besoffen. Ich freue mich nie. Shiny, alles gut bei dir? Ja, fällt mir richtig gut. Oh Gott, wir sollen hier professionell arbeiten. Ja, professionell! Ja, ich bin professionell. Ja, ich bin professionell. Ja, du bist... Ich hab gestern professionell gefeiert. Ja, ich auch. Warst du bei der Messer-Party? Ja, ich war bei der Messer-Party. Und ich war wieder nicht dabei. Aber ich hab dir ein Filmchen mitgebracht, Maike. Ein richtiges, tolles Filmchen. Aber ich will auch mal einen Cocktail. Ich will auch mal Musik hören und tanzen. Und ich will von dem süßen DJ in die Hand genommen werden. Oh, boah, jetzt fäng ich schon wieder an zu schwer. Ich sag was. Film ab, bitte. Und dann guckt ihr mal, was da so passiert bei der Messer-Party. Ja. Hallo Internet! Wir sind hier auf der Foskop- und Hackerfüll-Menser-Party in der Mensa der Universität. Und über 2000 Studenten, Studierende und Studentinnen machen hier richtig fette Party. So, und wir gucken uns gleich mal an, was der DJ hier so macht. Wo die Leute tanzen und was hier sonst auch so abgeht und uns hier was zu trinken gibt. Bis dahin, viel Spaß! Oh Mann, das müsst ihr doch jetzt nicht filmen! Schluss, aus! Tschüss Internet! Aber eigentlich darf man das gar keinem zeigen. Warum denn nicht? Ich hab nur geguckt, wie auf dem Müll einfach noch Platz ist für... Du gehst schon wieder kaputt? Ja, ja, ja. Du gehst besser mal nach Hause! Oh, ich hab mein Ohr verloren, mir ist auch ganz dumm... Geh nach Hause! Oh, äh, warte, äh... Also, wir verabschieden uns an dieser Stelle von Shiny, für heute zumindest. Ja, absolut! Und sagen Tschüss Internet! Tschüss! 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 Tschüss!